So, Spalt wird jetzt wieder anstrengend. Spalt einfach. Tempospalt. Tempospalt? Ah, okay. Ich muss Dinge einsammeln. Oh Gott, das wird wahrscheinlich wieder anstrengend. Spalt ist immer anstrengend. Okay. Lege Maus, hast du die Stirn? Aktivieren du die Stirn? Kannst du auch hinbrechen und darten? Okay, der rennt automatisch. Okay, ich muss... Also, sie rennt automatisch. Ich muss nur hin und her laufen. Okay. So, hui. Turbo aktiviert. Okay, uh, Turbo. Du, 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 du. Da war doch gerade einer. D, ich sammle, ich gleich ein. Turbo bereit. Lauf, 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 lauf. Oh, 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 verdammt, das habe ich wieder der Teil nicht gekriegt. Hä? So, so, so. Oh, 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 oh. Lauf, komm schon an dich. Das Ding kriege ich doch wohl noch, oder? Da, das Ding muss ich noch, nur kriegen. Oh. Die roten Teile dafür glaube ich nicht. Rot ist meistens gefährlich. Sehr schön. Nein, habe ich gekriegt. So, yay. Horn ist abgeschlossen. Wow. Turbo. Scheiße, ist gar nicht so leicht. Ah, Turbo ist bereit. Huch. Nein, was soll das? Nein, jetzt habe ich einen verloren. Hüffel, rote Stolpersteine. Da, muss ich wieder einen holen. Ah, sehr schön, jetzt alles grün. Ups. Ah, verdammt, verdammt. Ah, sehr schön. Alles wieder blau. Blau ist gut. Na, nicht gekriegt. Wow. Ups. Uhu. Ah, scheiße. Warte. Stürmen. Ach, verdammt, hätte ich noch eins sammeln können. Waaah, stürmen? So, wenn du Stürmen klickst, dann wird das automatisch blau, was das ist. Das ist ja praktisch. Ach, Gold habe ich jetzt nicht geschafft. Boah, Schande. Das ist ziemlich anstrengend, aber scheiße, schwer Gold zu schaffen. Boah. Ich seh nicht, wenn du nur Schemen habt. Ist das gewollt? Hm. Ich bin wieder da. So, jetzt gehört mir der Teil, oder? Karte. Genau, habe ich da das auch alles in die Nachbarschaft auch eingesammelt. Ich könnte Virus-Infektion, äh, Virus-Entführung hier noch machen, damit mir der Teil auch gehören. Ach nein, ich gehe jetzt zu Matt Miller. Ich muss bis hinten hin. Gibt es da auf dem Weg noch ein Image? Genau, ich wollte nämlich noch kurz hin. Mir fällt gerade auf, dass hier die Lippen auch nicht ganz passen. So. Wui. Oh, der Tugum ist noch ein Dingens. Cluster. Zick. Wui. So, das schaut hier relativ gut aus. Cluster. Ja. Wui. Jipp. All right. So, ich bin jetzt gerade vorbeigesprungen. So, da wollte ich eigentlich hin. Huch. Sass mich doch da durch. So, danke. Ähm. Ja, ja. Was, ich habe 43.000. So, weil mir ist aufgefallen, dass hier die Lippen auch so komisch sind. Ist mir gar nicht aufgefallen. So. Äh, da, da, da. Unterlippen-Mittelgröße. Wir haben jetzt Unterlippen-Seitengröße. Die ein bisschen. Ach, wir sind gerade Unterlippe. Ups. Oberlippe. Oberlippen-Seitengröße ein bisschen niedriger. Der hat mich auch gerade so aufgepümmt. Ich glaube, das ist ein bisschen besser. Äh, übernehmen. Okay, danke. Okay. So. Jetzt können wir mal zu Matt Miller rüberschauen. Aber vielleicht vorhin noch ein paar Daten einsammeln. Die legen ja genug rum. Oh, da wäre ein Hotspot. Ich habe schon lange keinen Hotspot mehr. Geht's eigentlich. Hm. Müsste ich eigentlich mal wieder. Okay. Zeit für einen Hotspot. So, Moment. Ich mache mal den Hotspot hier nieder. Uh. So. Nein, nein, nein. Sehr schön. Weg damit. So, deaktivieren. Gut, noch ein Drittel. Dann da hoch. Komm schon. Nein, das schaffe ich nicht ganz. Okay. Uh. Warte. Jetzt da. Weg, weg, weg. Da oben, der weg. Scheiße. Der da weg. Der da weg. Das ist Nummer eins. Äh, ihr drei da. Weg. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein, im letzten Moment. Ich schieße mich da ab. Dach, der da oben. Und der da drüben. Und der da drüben. Ich seh ihn nicht einmal. Hä, wo ist er? So, letzter. So. Letzter. Meins. Destroid. So. Nur noch ein Drittel. Auf ein Drittel runter gemacht. Äh, wo ist das letzte? Ach, ihr könnt mich mal. Ich interessiere mich nicht für euch. So, ich geh mal hoch, extra da rüber. Warte. Weg mit dir, weg mit dir. So, warte. Weg. 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 Wo sind der? Weg. So. Jetzt hab ich, glaub ich, Zeit. Oder? Nein, das sind noch zwei. Komm, ich schaff ihn noch. Ich schaff ihn noch. Ich schaff ihn noch. Ich schaff ihn noch. Geschafft. Nein, doch nicht. Warte, ich muss mal kurz wechseln. So, schnauze. Jetzt hab ich's. Ah, ah. Okay. Einer geht noch. Oh, das sind Drohnen. Das ist aber nicht nett. So, weg mit dem. Oh, der kann. Dann gehen wir gleich mal zu dem. Bam's in your face. Oh, der ist ja gar keiner. Okay, ich nimm's jetzt zurück. Was ist denn das da? So. So. Nein, nach vorne. So, jetzt aber. Jetzt dürfte ja eigentlich niemand in der Nähe sein. Oh, da kommt ein Schiff, da kommt ein Schiff, da kommt ein Schiff, da kommt ein Schiff. Glück gehabt. Ja, noch vor dem Schiff geschafft. Nee, es wird langsam besser. Es ist langsam beherrscht bei uns auch ein bisschen. So, ich darf jetzt noch ein bisschen Stampfer spielen. Sowie. Datensammlungen. Oder. Hier. Irgendwo hinten ist nochmal eins. Das sind mehrere, das sind voll viele. Kleines Paradies hier. Hm, nochmal eins. Und, noch, unten. Nochmal eins. Ist hier noch eins in der Nähe? Was ist denn das? Achso, das war vorhin so ein Ding. Ist okay. So, noch ein paar Datensammlungen. Ich hab ja jetzt 30. Das ist ja nicht so viel. Die sind ja schnell wieder ausgegeben. Hallo, ich hatte vorhin über 60. Ratzfatz ausgegeben. Da ist das echt nix. Drüben ist auch noch eins. Na. Wie viel hier noch umfliegen. Zielen. Knapp daneben. Da ist eins. Wie. Ziele, 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 ziele. Äh, fast. Zielen, zielen. Gut. Boah, allein wie viel da sind. Das sind vier Stück. An einem Fleck. Mehr oder minder. So. Da eins. Äh, warte. Man hat den da. So. So. Den mit den da tun auch noch. Da kann man ewig mit verbringen. Mit den Teilen, die Teile einzusammeln. Da drüben. Das nehme ich jetzt noch. Oh, da ist ein Klamottenladen. Hm, Planet Sin. Wecken wir den doch mal. Hacking time. Alter Schwede. Äh, so, so. So und so. Ist keiner gesagt, dass ich alles verbrauchen muss. So. So. Also, dann werde ich mich wieder umziehen. Entschuldigung. Mir gefällt das Piratenaut wird jetzt doch nicht mehr so. Oberkörper. Kein. Das ist natürlich immer schick. Äh, natürlich. Für den tiefen Ausschnitt. Den in Paris. Oh, das ist das hier. Äh, wie wir mal schauen. Fliegerjacke. Hm, ne Fliegerjacke. Ermittlungsbeamter. Freizeitlederjacke. Geschäftsblazer. Herrenmode natürlich. Herrenmode für die Frau. Ja, ich weiß nicht. Ich gehe schon wieder einkaufen. Aber irgendwie. Oh, ein Laufsteckschal. Oh, heute bin ich Supermodel. Musik Junkie. Yeah. Oh, stimmt. Mir fällt gerade ein. Ich habe gerade die Musik angehört. Die letzte Zeit. Äh, da, da. Saints Row Shirt. Spitzenmieder, legen sie das Mieder nieder. Das erinnert mich irgendwie an das, was ich vorher so anhatte. Ich kann doch bestimmt auch meinen Kleiderschrank hier benutzen, oder? Muss ich nichts Neues kaufen. Oberkörper. Genau, die da tragen. Unterkörper. Jeans, es gibt Hinshose. Ne, irgendwie habe ich keine. Ok, ich muss glaube ich doch hier Unterkörper doch was kaufen. Weil die Schuhe hier mal grad gar nicht passen. Ähm, da soll jetzt erst die Schuhe loswerden. Was hatte ich denn vorher an? Könnte auch klassischer für die Jeans kaufen. Lässiger Rock. Präsidentiale Hose, Reiterhose, Trainingshose. Urban Safari Shorts, ich glaube die hatte ich das letzte Mal an. Komm, dann machen wir es aber diesmal in Saints Row Lila. Ach, das ist der Gürtel glaube ich. So, jetzt brauche ich mal wieder andere Schuhe. Nehmen wir wieder den Look einfach, diesmal aber in, ähm... Hä, wo sind die Schuhe? Seht ihr wahrscheinlich zu Unterkörper? Schuhe, ja, macht Sinn. Achtziger Skater. Achtziger Skater. Altherren, natürlich nicht. Anzug, aber der Stiefel. Bad Girl. Hm, Bad Girl. Ne, das passt irgendwie nicht zum Rest. Damenkampfstiefel. Voller Sack. Flip Flops. Wäre natürlich, äh, sehr chillig. Aber irgendwie passt das nicht ganz. Himmlische Absätze. Hm. Weiß nicht. Hochhackig. Bisschen arg, extrem. Jumps. Keks. Koal. Lederschuhe. Nicht so unschuldig Stiefel. Ähm. Partyabsätze. Guck dir dich sogar letztmal an. Komm auch wieder in schicken lila. So. Düdüdüdüdüdü. Na.